jetzt hallo leute wie geht's ich bin zwar ist gewollt ich spiele jetzt mit meinem bruder hallo sagt hallo darik das ist der erste video die du mit mir bist wir spielen pokémon wer ist das pokémon project ja und darik macht jetzt den wassergym ich habe schon alle besiegt wo ich habe gerade gemerkt ich habe den ding ausgeschaltet egal wir werden jetzt heute kämpfen nachher wenn darik den wassergym besiegt ich tue ein paar trainer besiegen und so dadurch maximal losgehen und dem wasser kämpfen ja okay los ich gehe mal dem wassergym kämpfen sorry ein bisschen lag für mich ein bisschen du kennst ihr kennst mich ich habe schon einmal mit mal die und sowas ja es ist nichts neues ich will mal ein trainer zu finden und den kämpfen vielleicht oder pokémon ja pokémon pokémon kämpfen vielleicht fangen keine ahnung warte bis dahin da ist oder tut den wassergym und dann nachher zum kämpfen oh ein kardau ich meine tschuldigung ich kann kein deutsch scherz ähm aber wir können uns gleich fangen mit dem ultraball ich bin ein profi geworden weil ich ist so er kriegt jetzt seinen zweiten ordnen er hat schon den gesteins und ja was weiß ich ja und unsere sprechen ist scheiße weil das internet hier wir benutzen das du du rekorder und das ist scheiße leider wir können es nicht besser es tut uns leid das ist der einzige maschine die wir haben und lässt das ist ja laut das ist kein grund darik ja das macht jetzt darik ja ja ich bin ich spiel gerne roblox am meisten mehr mehr minecraft und marie liebt gerne etwas anderes und sieht aus darik küsst die gym arena leiter lün und ja ich habe mich gewechselt meine alles ist anders geworden ich schwöre ich glaube wir werden wir werden wir werden das mal die schwingten wortsam und oder ex ist das hat leider verloren darik hat verloren wieso jetzt gehen von mark das film ist über uns kämpfen wirst du kämpfen müssen kämpfen darik na warte kommt schon einmal eine runde kämpfen nur es ist nur eine runde du musst das ding einstellen ok das schon lange ok machen wir das erste weil wir benutzen überhaupt die erste ich habe ich habe den neuen pokémon aber jetzt ich habe vergessen weg zu geben aber in meine normale pokémon sind die drei und aber weg tschüssi egal welche benutzt darik darik benutzt glaube ich das feuer und klar und ich will das wasser benutzen sehen wir jetzt ich gegen meinen verrückten bruder bei mir ist jetzt ein stück papier weil das ist ein dummen telefon gemein ist egal egal ah ja genau wie ich gedacht habe perfekt ich hoffe ich werde ihn jetzt zerstören ich hoffe er wechselt nicht pokémon ja er hat nicht gewechselt jetzt ist er tot hoffe ich hoffe mir dass ich gewinne wir beide ist doch okay wir haben gleich wir haben leicht ich habe gleich gewonnen darik ist nur bin ich nicht froh also meister fast ja ich bin froh ich glaube ich werde ich in die sw spaghetti und ich werde ich bin froh ich wendet beende über den letzten mucho Erinnerleiter und ich habe herausgefunden, da ist diese Team Rocket, jeder kämpft Pokémon, oder? Ich kämpfe Pokémon, ich habe keine Ahnung. Nur Fragen, wir kämpfen jetzt Team Rocket in der letzte Erinnerleiter und ich habe gerade gemerkt, ich kämpfe gegen ein Wasser-Pokémon, ich wächst so schnell mit meiner Elektrik, ich weiß wie es geht, ich kenne Pokémon, u viel? Okay, Garidos, was macht der? Tackle, okay, kein Problem mit der Klonung. Okay, jetzt werde ich ihn zerstören, lol. Das ist für Mardi hier, für Mardi, ihr kennt alle Mardi, Mardi ist ein Ding. Und wer nicht gesehen hat, ihr sollt sehen, Fares und diesen Mardi-Profi und dann könnt ihr sehen, das erste Video, was wir gemacht haben, ist, ähm, ja, wie, 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 wie ich mich hervorgestellt hatte und so, ja. Und schreibt in die Kommentare, Okay, das ist leider ein kurzen Video, es tut uns leid, wir werden vielleicht irgendwann ein längeres Video, tschüss.